Ja, hallo, ich bin's, euer Mario und wenn ihr auch zu Hause vielleicht ein Exemplar habt, so wie ich, meine Freundin oder einen ganz geilen Typen, der irgendwelche lustigen Dinge macht und ihr gerne mal einen Denkzettel verteilen wollt, dann meldet euch bitte bei mir unter mario.rtl.de, einfach kurz eine Mail schicken und dann kümmern wir uns drum. Also wenn, ich weiß jetzt nicht, er hat irgendwelche Macken, wo ihr als Mädels sagt, so was gibt's doch nicht, das geht doch nicht, Mario, du musst doch helfen, dann machen wir das sehr gerne. Oder wenn wir uns rächen sollen, dann sind wir auch für euch dabei und vielleicht fällt uns ja gemeinsam eine geile Sache ein. Ich würde mich freuen, einfach unter mario.rtl.de, dann passt es und dann sehen wir uns bald in meiner Sendung. Tschüss, euer Mario.